Hallo Leute! Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Wir haben ja schon wieder Mittwoch. Es wird also Zeit für eine weitere Kanalvorstellung bei den Machern am Mittwoch. Ein paar Kanäle hatten wir ja schon. Große Kanäle, kleine Kanäle, alte Kanäle. Dann wird es Zeit, dass ich euch heute einen relativ jungen Kanal vorstelle. Im April 2021 ist Chickens Tabletop Crafting aus dem Ei geschlüpft. In diesem knappen Jahr hat der Thomas schon über 40 Videos online gestellt. Vom Zwergengelände bis hin zu Bäumen für Tabletop macht Thomas alles und das in einer Qualität, die mich schon staunen lässt. Der Detailreichtum und die Raffinesse, mit der die hier gezeigten Bauwerke gemacht werden, ist für mich schon eher Dioramen oder Modellbau und fast zu schade, um sie auf einem schnönen Spieltisch zu benutzen. Das ist einfach eine Liga für sich. Ich schaue es mir trotzdem gerne an und suche dabei dann nach Inspirationen oder einfachen Sachen, die ich für mich umsetzen kann. Das sind zum Beispiel die Weidezäude, die Thomas gemacht hat, die ich unbedingt noch nachbauen muss. Auch die Idee mit seinen Feuerschalen ist super und wird kopiert. Bei den Gebäuden sind es dann vor allem Ideen für die Bemalung oder kleine Details, die mich interessieren. Weil das, was Herr Hahn da baut, bekomme ich nicht hin. Also meine lieben Zuschauer, wenn ihr Calimero mit Sombrero kennt und schauen wollt, was der Hahn so alles kann, dann folgt dem Link in der Videobeschreibung zu Chickens Tabletop Crafting. Mein Dank für die Intro-Bilder geht natürlich wieder an den fleißigen Schmied Wieland in seiner Schmiede. Ein Link zu seinem Kanal befindet sich ebenfalls in der Videobeschreibung. Nächste Woche kommen wir auf den Hund. Na, habt ihr schon eine Idee? Ich bin gespannt. Macht's gut und tschüss! Denn wir sehen uns beim Schmieden. Jetzt geht's! Dann geht's! Vielen Dank.